Wir haben schon einen guten Eindruck erhalten, was der Bilanzbuchhalter IHK ist und welche Aufgaben in Zukunft auf Sie zukommen werden. Lassen Sie uns jetzt auf die Kursinhalte eingehen. Das notwendige Fachwissen für Ihr Praxisstudium vermitteln Ihnen unsere Dozenten in sechs Bereichen. Geschäftsvorfälle erfassen und nach Rechnungslegungsvorschriften zu Abschlüssen führen. Im ersten Teil Ihres Studiums erlernen Sie, Geschäftsvorfälle zu erfassen und Buchungen abzuleiten, die Buchführung zu organisieren und Bilanzierungsstandards zu verstehen. Sie werden mit nationalen und internationalen Rechnungslegungspraktiken vertraut gemacht und erlangen Kenntnisse über die Bestandteile des Jahresabschlusses sowie die Konzernrechnungslegung und bilanzielle Auswirkungen unterschiedlicher Gesellschaftsformen. Jahresabschlüsse aufbereiten und auswerten In unserem Studiengang lernen Sie, Jahresabschlüsse aufzubereiten, Kennzahlen und Cashflow-Rechnungen zu analysieren sowie Vergleiche von Jahresabschlüssen durchzuführen. Wir vermitteln Ihnen die Bedeutung von Ratings und zeigen Ihnen Maßnahmen zur Verbesserung für das Unternehmen auf. Betriebliche Sachverhalte steuerlich darstellen In unserem Kurs lernen Sie, das steuerliche Ergebnis aus dem Handelsrechtlichen abzuleiten, Geschäftsvorfälle zu bearbeiten und Umsatzsteuererklärungen einzureichen. Außerdem setzen wir uns mit nationalen und internationalen Verfahren zur Vermeidung von Doppelbesteuerung auseinander. Finanzmanagement des Unternehmens wahrnehmen, gestalten und überwachen Sie erlernen die Ziele, Aufgaben und Instrumente des Finanzmanagements sowie deren Umsetzung und wir befassen uns mit Finanz- und Liquiditätsplanung, Finanzkontrollen, zur Zahlungsbereitschaftssicherung, verschiedenen Finanzierungsarten und Kapitalbeschaffungsmethoden. Des Weiteren behandeln wir Themen wie Investitionsbedarf, Kreditsrisiken, Kredit- und Kreditsicherungsmöglichkeiten sowie Formen des in- und ausländischen Zahlungsverkehrs. Kosten- und Leistungsrechnung zielorientiert anwenden In diesem Modul erwerben Sie Kenntnisse über Methoden und Instrumente zur Erfassung von Kosten und Leistungen sowie Verfahren zu Ihrer Verrechnung. Wir behandeln Methoden der kurzfristigen Erfolgsrechnung, Verfahren der Kosten- und Leistungsrechnung sowie Kosten-Controlling und Kosten-Management. Ein internes Kontrollsystem sicherstellen Im Studium werden Sie verschiedene Arten von Risiken kennenlernen und erfahren, wie interne Kontrollsysteme diese minimieren können. Wir behandeln Methoden zur Risikobeurteilung und Maßnahmen zur Risikovermeidung. Kommunikation, Führung und Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern sicherstellen. In dem letzten Modul erwerben Sie das nötige Know-how, um situationsgerecht zu kommunizieren, Personal erfolgreich auszuwählen und einzusetzen. Darüber hinaus lernen Sie, die berufliche Entwicklung und Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter zu fördern sowie die Planung und Durchführung der Berufsausbildung zu gestalten. Bereit für noch mehr Einblicke? Klicken Sie hier und entdecken Sie unsere vollständige Infoveranstaltung. Wir bilden Sie in Rekordzeit weiter für neue berufliche Perspektiven.